Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und jetzt wird wieder fleißig geitet. So, wir sind im neuen Gebiet und wir sind, ja wir fangen jetzt als Baby an. Unsere Mutti, die wir am Anfang auch gespielt haben, ist ja gestorben, wurde ja gejagt. Und ja, unser großer Plan, also meiner, ist es natürlich, den Jäger zu töten. Und das Gebiet ist eklig, sieht irgendwie radioaktiv aus, aber das wird einfach nur ein Sumpfgebiet hier sein. Da, das sind süß. Hallo. Snack, 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 snack. Schlechte Planung. Immer daran denken, beim Bau eines Friedhofs sind gefährdete Küstengebiete zu vermeiden. Ja gut, das stimmt, ja. Gerade in den Niederlanden, sollte man jetzt nicht unbedingt in der Nähe von Wasser bauen, du. Gut, da hinten haben wir noch eine Schildkröte, die werden wir auch noch snacken. So. Lecker, 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 lecker. So. Da haben wir auch noch eine Schildkröte. Gibt mir was zum schnecken so gibt es jetzt einen bestimmten weg also wir müssen da hin das werden wir jetzt auch gleich machen aber wie man sieht wir sind jetzt in dem gebiet hier und in dem gebiet kommen wir denke ich mal jetzt erstmal noch nicht raus also auf der seite definitiv noch nicht dafür müssen wir noch ein bisschen älter werden aber hier wird denke ich mal auch noch geschlossen sein eine geschlossene anstalt sein ja gut muss natürlich noch ein bisschen weiterentwickeln das kriegen wir aber denke ich mal hin habe ich schon wieder vergessen jetzt muss man kurz gucken hier geht es wo ich habe die flossen attacke wieder vergessen warten noch mal die flossen attacke hat die nie eigentlich also auf der xbox lb eigentlich schon irgendwie funktioniert das gerade nicht vielleicht können wir die noch nicht ja das kann natürlich möglich sein gut das sieht ja sehr gesund aus es können eine hochwasserboje sein das ist die funktion seiner inneren organe eingeschränkt da der high nicht an das leben an land angepasst ist ja das ist fakt das stimmt fakt ist aber auch das böse bin will den killer töten so wo müssen wir hier lang wir sind schon da hier soll das sein was sollen wir denn machen so die grotte aber unten ist sie jetzt nicht mehr hier ist der eingang nicht also ich denke mal müssen die zahl läuft diesem stummenden rauch hier davon ich suche die grotte ok aber scheint aber am land zu sein also die grotte scheint wirklich am land zu sein die grotte ermöglicht eine kurze erholung vom sturm und drangen des golfs hier kommen wir die wolf übersicht angucken ok wir können unsere organe verbessern diese diese evolution verbessert die reichweite abklingzeit und empfindlichkeit deiner sonar fähigkeit mehr können wir hier gerade nicht verbessern aber können wir uns natürlich jetzt gerade momentan noch nicht leisten wir müssen mal hier aufräumen aber können wir noch sonst was anderes zu machen jetzt muss ich nochmal zum wolfen gehen mir fehlen halt die nährstoffe ach ach so moment da oben stehen ja die nährstoffe alles gut das bedeutet nur was für 2000 ich kann den schall messen um potenzielle beute zu orten gut dann gehen wir auch mal raus wieder aus der grotte jetzt haben wir die nächste aufgabe ich störe das ziel und töte 10 wälze gut dann gehen wir erstmal hier hin und wir entdecken jetzt erstmal den landmarker die sind voll wenig tiere voll wenig fischis man ich will mich die wolfen ich habe einen dieser drehstöpsel in meiner wanne zu hause diese dinger sind wirklich ja warum nicht ne why not gibt es hier was interessantes ich will hier rein mensch aber ich glaube hier gibt es nichts interessantes zu entdecken schade ja gut da gehen wir erst mal hier mussten weiter auch gerne hier oben ist auch nichts dahinten sind wieder fischies die wir töten können und ja ja hier haben wir ein bisschen was wild ein seelischer können feindselig sein Okay. Da. Der Hai ist schwer verletzt. Was ihm zwingt, sein Leben zu überdenken. Und in der Zukunft vielleicht andere Entscheidungen zu treffen. Das Ding ist aggressiv, Mann. Der Fisch ist größer als ich. Aber ich glaube, das geht mal hin. Mir ein bisschen ausweichen. Das sind drei Fische. Ja, warum nicht? Gut, da haben wir wieder Leben. Töte euch! Aua. Mein Fluss. Ja, das sieht ganz gut aus. Aua. Oh, 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 oh. Nice. Oh, Snacken. 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 Sehr gut. Sehr gut. Aua. Wunderbar. Blöde Angreifer. Lass mir Ruhe, Mann. So, hier haben wir noch was. Sammler alle Speicher. Ne, hier unten wäre noch eine Mission. Aber ich würde natürlich, bevor wir die ganzen Missionen jetzt durchpushen, natürlich auch ein bisschen die Map schon mal erkunden wollen. Vielleicht haben wir ja noch was Interessantes hier, ne? Und hier sind Fischis. Oh ja, hier sind ein paar. Und ich höre wieder... ...bösen Fisch. Wo ist der andere? Piss dich, Mann! Köpfe nix! Geht ihm doch. Ich chill hier noch ein bisschen. Ach, geil. Schön. Sind hier Menschen irgendwo? Ich würde gerne hier ein paar Menschen töten. Ich scheine wirklich keine Menschen zu sein, gerade, ne? Guck mal, ich kann aber meine Sensoren aktivieren. Aber nee, hier scheinen keine Menschen zu sein. Schade. Was? Alligator? Öff. Boah, sind das hier so platten. Oh, fuck. Oh! Oh! Oh, nö! Au! Okay, 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 okay. Ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Alles gut. Das ist dein Gebiet. Hast verstanden. Der verfolgt mich jetzt nicht mehr gut. Wow! Oh! Fänden ist Party, Party. Ähm. Sammler alle Speicher. Oh, was ist denn das? Oh. Ah. Diese Proteinergänzung enthält keine Zusätze, sodass der High sich keine Gedanken über versteckte Farben oder Geschmackstoffe machen muss. Äh, rein ins Wasser. Ich finde ja einfach mal einen Mozart-Spuck. Einfach so. Na gut. Gut. Dann sind wir hier auch fertig. Dann können wir erstmal weiter. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Warten der Alligator. Da war... Oh, oh. Mit dem würde ich mich jetzt nie unbedingt anlegen. Der ist größer. Der mag das nicht. So. Ich würde gerne mal hier weiterschwimmen. Lässt du mich? Oder scheint mich in Ruhe zu lassen, bitte. Oh, warte. Muss ich auch weiter essen. Level 3. So. Wir gucken mal. Wir können ja mal gucken, ob wir was Interessantes noch evolfen können. Wir können halt nur unsere Sensoren schärfen. Würde ich aber noch gar nicht machen. Die würde ich jetzt noch gar nicht so gerne auf eine 3 haben wollen. Ich frage mich ganz nett, was das hier ist. Aber gut. Wir sammeln das jetzt mal ein. Ah. Mutti. Das ist ein Alligator. Den lassen wir mal lieber. Komm ich hier mal durch? Nee. Wir kommen hier nicht durch. Können wir die Ketten kaputt beißen? Geht bestimmt. Aber wir können hier chillen auf den Ketten. Also liebe Fische da draußen. Passt auf. Ihr könnt ja stecken, wenn ihr in der Nähe von der Kette seid. Oder auf einer Kette rumplanschen wollt. Meine Fischfreunde da draußen. Lecker, lecker. Aber was war denn das? Erforderlich. Ach so. Da kommen wir weiter. Ich dachte, da wäre jetzt so ein Gigantomonster. Ich würde sagen, wir können noch mal ganz kurz, ob hier was interessantes in der Nähe ist. Dann. Slow. Sieht aus wie so eine Alligator-Farm. So ein bisschen. Ein bisschen was von einer Alligator-Farm. Da ist ein Alligator, da ist ein Alligator. Ich glaube, das ist eine Alligator-Farm. Hm. Sieht schon cool aus, ne? Hat ein bisschen was jetzt von Fallout. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Fallout komme, aber es hat ein bisschen was davon. Ui, ui, ui. Da draußen. Guck mal. Lecker, 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 lecker. Oh, da ist wieder was. Aha. Rein, Mio. Rein. Das Eiweiß-Farm soll persönlich etwas Wasser auf seine Kiemen bekommen. Ja, ja. So. Komm, den nehmen wir noch mit. Den snacken wir noch. Ich würde sagen, wir machen dann hier längst weiter. Ja, dass wir einmal ringsherum gelaufen sind. Oh. Entdecke alle Landmarken. Okay, haben wir hier auch noch. Ja, dann gehen wir noch mal kurz hin. Sieht schon cool aus, ne? Muss man ja echt sagen. Welcome, have fun. Ja, moin. Ähm, komm ich hier. Ja. Ja. Darf ich das? Ähm, okay. Das versuchen wir jetzt nochmal. Die liegen mir nicht so aus, dass wir das hier packen. Ne. Never ever. Boah, ich bin einfach zu dumm dafür. Aber ich glaube, wir sind dafür noch zu clean. Ja gut, da wissen wir später dann, ähm, wo müssen wir nochmal hin? Ins Gebiet. Ich würde gerne mal gegen so einen Alligator kämpfen wollen. Aber ich habe Angst. Potter. Ich habe irgendwie Angst. Ich weiß nicht, wieso, aber... Ne? Mich schluckt das schon ein bisschen in den Fingern. Muss einer schon mal sagen. Aber... Trotzdem ist die Angst noch da. Ja, ja, ist doch gut. Verpiss dich. Okay. Vielleicht kommen wir zu dem Landmarker. Ja, okay. Der Landmarker ist unter Wasser. Also zu denen würde es glaube ich nicht so schwierig sein. Außer die Alligatoren nerven mich jetzt. Ah, du schaffst das. Jemand hätte wohl einen Kuss für Waffensicherheit besuchen sollen. Hm. Scheiße gelaufen, ne? Kennt ihr das Gefühl, wenn man ganze Zeit jetzt gerade in dem Spiel hier unter Wasser ist und man sich so denkt, scheiße. Man muss ja langsam Luft holen, aber was in dem Spiel absolut keinen Sinn macht. Ne, 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 ne. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Du bist scheiße. Warten dahin, das ist doch voll der lange Name. Also, das Vieh müssen wir tönen, ne? Okay, das kriegen wir hin. Okay. 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 Gut, da holen wir erstmal das Jungtier. Selber schuld. Gut, da holen wir. Okay. habe ich gesagt lecker auf lecker lecker schmecken und schnell meinen mund haben auch noch was das ziel das machen wir doch das mit nur doch ein alligator was tschüss nein level 15 gegen den leben nein machen machen wir nicht wenn sie ja mal gegen so einen alligator versuchen wir sind eigentlich nur ausweichen das ist schon nervig dass die noch nein 400 millionen jahre evolution und dort wird der high von einem zukünftigen koffer gefressen schade na gut wir sehen uns in der nächsten folge wir kriegen ja schon hin gegen alligator zu kämpfen und ja bis in der nächsten folge bis dahin haut rein und tschüss